Hallo, hier ist Kondalacan. Ein Open-Intervorschlag, der Mirkusch mit der M14 bis ich Juggler kaufen kann und dann bis 11. Wille mit der Semtex. Ich kann also nur Semtex benutzen. Von mir her jetzt, wenn ich keine Punkte mehr habe für Semtex, dann ziehe ich mir, also da mache ich einfach mit der Pistole Punkte, die gebe ich nicht aus der Hand. Ich habe drei Versuche und bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon habe. Jetzt sind ja alles professionell aus, oder? Aber eben, ich glaube gerade nicht. Mal schauen. Und, ja, es ist wieder mal etwas anderes, statt immer Stadt zu spielen. Ein bisschen die Eireise. Ich habe es so viel mal gesagt, das Liftzeug. Es geht heisslich lange. Okay, ich fange mit dem an. Der M14. Jetzt habe ich ein bisschen mehr gemacht. Jetzt habe ich getroffen, oder? Jetzt habe ich getroffen, oder? Oh, die sind noch nicht auf den Feuer. Ob die sind auf den Feuer. Jetzt habe ich einen Feuer. Oh, das ist ein Breite. Ich habe die explodiert. Wie die Sau. Oh. 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 Okay, ich brauche drei. Jetzt drei, fünf. Drei, zwei, fünfzig, oder sowas. Pause, 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 pause. Weee! Maximal amodimution! Ja, ja, ja! Ah, ich will den Riesenkrain. Geht es, da? So, der letzte kommt da runter. Nein, der letzte kommt da und runter. Nein, ich komme. Nein, jetzt muss ich mal versuchen wegen ... Oh, da kommen wir ja da. Ich muss schon treffen. Oh, 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 oh. Wieso macht es so viel? Oh, ich habe ja genug. Okay. Ja, wie teuer ist das jedes Mal? 2,50 glaube ich, oder? Ja, 2,50, jetzt mal 2,50. Ja, mal schauen. Also jetzt habe ich diese hier. Ähm, es geht. Ähm, okay. Ich habe noch drei. Sonst benutze ich einfach diese Ballermaschine hier. Mal schauen, ob ich da was bringe. Was auch sicherlich wichtig ist, die zuerst zu Sonnen bringen. Was ist das denn? Ja, das geht ja schon. Ja, mal schauen. Ja, man sagt, das hat also kein Parmisch, weil ich da nicht gerade hoffe. Ja, das macht doch auch ein bisschen da. Ja, das macht ja drauf. Und, ja, das macht ja wahrscheinlich auch so stark, weil ich da alles leistet. Ja, ja, das macht ja sehr viele Leute. Nein, aber schon nicht, weil es ja auch irgendwie, ich dann finde man so oft gab, Ja, ich habe, das macht ja schon mal ganz viel gedacht, Hey hey! Oh mein Gott, das geht ja auch, ey. Gott, das wird saumässig schwer. Uh, das war cool, ey. Ja, der Bunker! Ha, ha, ha! Oh, ich kann ja mehr. Oh, scheitbar sein. So. Uh! Oh, ich habe ihn nicht mal angeheft. Jetzt aber. Oh, geh weg, ey. Oh, ich glaube keine mehr. 12. Ja, ich habe erst 12. Da gebe ich mir die Muni aus. So, mal schauen. Ja, ohne Quick Revives ist es noch, da noch aufmachen, noch 500, das sind über 1200. Was brauche ich für... Für die Samtex. Samtex-Orden habe ich. Okay, mal schauen, dass alle zusammenkommen. Ja, also nochmal. Ach ja. Ja, okay. Ich kann ja niemals nachdenken, dass der Bunker ist. Schüttelte. Boah. Uh. Schüttelte. Eine Bombe. Das hole ich mir natürlich. Dann spare ich mir die Semptex. Nein, fertig Semptex. Noch sechs Runden. Jetzt könnte ich ein Zorka-Orto haben. Ich weiss nicht, wie viel Semptex ich brauche. Es wird immer härter. Das ist irgendwo hinter mir. Okay. Oh nein, nicht der vorderste. Der Wind ist ja. Ich sehe nicht mehr. Ich sehe nicht mehr. Ich sehe nicht mehr. Oh mein Gott. Ah nein, das geht nicht. Das geht zu wenig gut. Okay. Ah doch. Ein Stück hier. So sehen Sie es, so sehen Sie es. Komm, 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 komm. Yes. Semptex-Master. Warte für 1'000. Ja, dann nehme ich mir... ...4'000. Wie viele haben wir noch? Zwei Semptex. ... 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 Geht noch zu mir. Ja, das gibt viele. Ja, das hat ein paar gegeben. Nein, ich habe keinen mehr. Shit, was? Ich muss kaufen gehen. Ja, ich versuche es trotzdem. Ja, okay. Okay. Nein, wieso geht es nicht noch? Wie geht es noch? Wie habt ihr das gehört? So, aber jetzt geht die geht hoch. Ja, die geht hoch. Oh shit, wo frost. Ich guck, ich guck, ich guck, ich guck, ich guck, ich guck. Oh, das ist die letzte. Oh, die Steinhasse gab mir. Oh shit. Oh shit, ich guck. Oh shit, ich guck. Oh shit, ich guck. Wie viel habe ich noch? Keine mehr. Nein, ich muss hergaufen. Keine mehr. Nein, ich muss hergaufen. Keine mehr. Sollte... Sollte ein Gefühl sein. Geht's noch, Jungs und Mädels? Ja, hey, hey. Na gut, jetzt ist es brutal. Jetzt ist es brutal schweig. Scheissschweig. Die sterben dann auch nicht mehr so leicht. Wie gut, was jetzt passiert. Ja, bis sieben geht es, jawohl. Aber dann ist es finito mit dem Spielchen hier, wo sie hier treiben. Okay, warte mal. Ich muss die hier zusammenbringen. Okay. Oh! Oh, oh! Kaputte! Kaput gegangen! So, Moshana. Sie nicht zu liegen lassen. Oh, oh! Okay, jetzt muss ich die wieder zusammenkriegen. Wie viel habe ich noch? Ja, ich habe... Nein! Kannst du zurückdrehen? Warum geht das nicht? Ich sehe nicht, wie viel, was ich habe. Ja, jetzt habe ich keine mehr. Okay. Mal kaufen gehen. Oh! Oh! So lange warten. Sind es? Ja. Okay. Sind das die Letzten? Nein, lange nicht. Da kommen noch. Jetzt mal schauen, ob ich die hin kriege. Ja, gut. Jetzt habe ich da noch einen Kriecher. Kommt hier hin. Nein, aufs Köpfchen! Oh! 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 Kaufen wieder. Jetzt noch 3, 9, 10 und 11. Also, ich betreibe die Lila nicht. Mir reicht schon, wenn ich die Welle kriege. Nach einer gewissen Zeit auch gehe ich auch keinen Sposs mehr drauf. Es geht viel zu lange hier. Oh! So, sind alle gespawnt. Mal schauen. Oh! Oh! Ich kann nicht rein. Ja. Der Mann raufs Köpfchen, he! Oh! Das ist das Gefährliche. Kommt nicht weg von denen. Nein! Nein! Hinterher! Ah, jetzt habe ich es nicht getroffen. Wo sind viele jetzt? Oh, die brauchen wir. Oh, eine Wind. Ah, keine mehr! Shit! Könnte auch zählen. Oh! Wenn ich das nicht gebe hier, dass es einem schüttelt, wenn man zu nah ist, dann könnte ich Doktor Neute gebrauchen. Oh! Oh! Äh, ich gehe schon kaufen. Oder? Ich habe zwei, ich muss nicht so sparen. Sonst nur wegen zwei. Nein! Da habe ich die River Full. Vier sind besser als zwei. So! Noch diese. Und dann noch so als Abschlussbettmünferli. Äh, die Ilfte. Die Ilfte mache ich auch noch fertig. Also ich versuche zumindest. Bin es wirklich knapp dazu? Oho! Weg, 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 weg! Oh, genau das passiert. Oh! Oh! Oh nein, nein, nein! Ohohohoho! Oh, ja! Je schäbte mir an die Drevilde an. Na der Nähe ist der Drevilde. Oh nein, nein, nein. Oh ja. Wir schäben an die Drevilde. Ja, mehr. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Oh, das klingt etwas! Oh, schön! Schreiner! So! Der Schreiner war nicht gut gewesen, aber was so ist? Okay... Haha! Uh, wie viel habe ich noch? Okay... Wie viel läuft das denn noch? Ich klinge dich zur Sau, da! Ich bin ab 10, so cool! So! 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 Kuhren! Fertigenren! Ja, ich gehe wieder kaufen! So! So! Ach, die ist ja dann fertig! Gehen, gehen, gehen bis hier hin! Also auch jetzt, wenn ich feile, die 11. Auf 11 bin ich jetzt gekommen! Bis 11! Bis 11! Bis und mit 11! Ich meine, wenn man jetzt kaputt geht, da steht 11. Runde erreicht! 8. ... Die Masche! Das kommt vor dem Himm. Jetzt ist es los! Es ist los! Weg, 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 weg! Ooooooh! Kann ich mich rennen? Es ist schon scheiße! Es ist schon so! Es ist scheiße! Nein! Explodiere! Ooooooh! Okay, gehen wir rauf. Wo ist das Ding? Shit! Jetzt ist es gleich mal los. Egal. Oh! Ah, es gibt ein paar knappe. Ja, sehr schön. Sieht gut aus. Uuuuh! Sieht sehr gut aus. Nein, jetzt habe ich ihn nicht getan. Aber für die anderen ist der letzte. So cool. Ich bin fertig. Wow. Ja, ja. Ich zeig dir schon auf den Bord den Muschdruck. So. Yes, Baby! Woooo! 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 Ha, 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 ha! Oh, hab's geschafft! Ich bin ja nicht unbedingt zu einer, der einfach so abstellen kommt, als wenn ich etwas zeigen will, so wie die Wunderwaffe da rein. Ohne zu hüpfen. Ja, das geht fast nicht. Okay. Oh, da unten tönt was. Nein, die Tür kommt falsch. Falsch gehört. Oh, da unten tönt was. Oh, Manni. Totenscheidl holen. Totenscheidl holen. Jetzt, äh... Jetzt, äh... Ah, geht nicht. Ah! Ah! Ah, geht nicht. Ah, geht nicht. Ah, schluss. So, da kann ich nicht. Spürzen sie mir den Weg nach dem Verloren. Nein, das wäre so schön gewesen. Die mit 10 Tanks zu bewerfen. Da wäre ich schon auf 13 gewesen. Ja, ich riskiere mal das. Jetzt, da geht es weiter. Ich schluss. Ich schluss. Ich bin ja schluss, ich muss jetzt erinnern, für mich. Hey, 12 Uhr fertig. Nur nicht kleinlich sein. Na gut, bis jetzt macht es mir noch Spass. Also nicht allzu lange, oder, bis jetzt? Es wird eben immer länger, dann. Ich schätze, so gegen 15 Uhr ist es ... ... bis fertig, wenn ich noch so weit komme. Oh, oh. Und das auch. Oh, oh, oh! Aber sonst geht's, hey! Ja, das ist schon extrem. Es kommen eben immer mehr. Oh, jetzt hat Glück. Jetzt auch. Weg, 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 weg! broaden Jogu, ich kann sie mal eben brauchen... Oh, Gott, ich kann sie nicht einfach geben. Keine, keine mehr. Schon wieder. Okay, sieht gut aus. Ich bin brutal und finde sie schnell. Sie kommen auch hier. Jetzt kann ich dich überreden. Es wäre so schnell gewesen, weil ich dort rein darf nicht. Also kommen und hier wieder. Oder, habe ich recht? Nein. Auch nicht recht. Wir sind draussen alle gekommen. Oh mein Gott, wo bin ich? Das ist das Schlimmste, das einen so schüttelt. der Schlimmste Der Schlimmste wie der Schlimmste Rund 13 fertig. Ja, sagen wir, bei 15 ungefähr. Äh, äh ... Also ... Wo ist der? Ja, da drin geht es gar nicht, oder? Aber schon komisch. Ich hatte zwei Filmsünder. Oder drei, nein, zwei, soweit ich mich erinnere. So. Mal schauen, ob ich die 14 noch bestehe. Und wenn, dann mache ich noch die 15 da, hier. Wenn es mich nicht umdreht. Das ist ja auf Dairise so herum. Löhle! Oh, ich weiss nicht, wie lange ich es hier brauche bei Dairise. Weg! Weg, 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 weg! Nein, ich bin zu gezittern! Hä? Ja? Ja, die kommen erst. Okay, ich glaube, die kommen noch zu. Stimmt, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, 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 ja! Nice, baby! Ja, jetzt wird es krägt sehr viel. Weg dem Spawn. Weg dem Spawn. Ja, genau. Geh weg. Weg dem Spawn. Weg. Weg! Weg. 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 Weg, weg. Weg. Jetzt irgendwie habe ich noch etwas bekommen, noch 15 zu kratzen. Das ist eben schon so. Kränze. Oh shit, ich kann gar nicht... Wieso ging es das nicht? Manchmal ist das Feuer so, dann andersmal ist es anders. Ich meine, du musst wegen... Oh nein, jetzt wird keiner getroffen. Manchmal ist das Feuer härter. Also härter, man kommt nicht vorwärts. Manchmal ist das Feuer auch, dass man kommt vorwärts. Ich höre keine Sprache. Okay. Oh, das ist ein Schau. Oh, das ist ein Schau. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, das wird so ein Ersatz. Das Wetter. Ich wollte die... So. Ich habe mich wieder erwohnt. Ich wollte die hier am Boden. Genau so, genau so. Uh, Pumpe. Durchlau. Sicher habe ich mal gesagt, ja, es geht nur... ...schweine! ...um... Waffenabschüsse oder Semtex-Abschüsse. Aber jetzt wegen dem Semtex-Zeug da... ...was eine sauber Idee. Und jetzt... ...mache ich da... ...mit der Pumpe etwas vorwärts. Wegen diesem Fahrradort hätte ich die ganze Zeit Semtex kaufen müssen. Und die Klicher werden immer härter. Jetzt ist es mich was wundert. Oh, weh, 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 weh. Ein... Einmal am Boden. Natürlich, ich hätte mich retten können. Ein Scheiss, du sag. Ein bisschen später oder... ...irgendwas nicht so gemacht, wenn ich es machen müsste. ...und schon... ...hät es weggehabt. Jetzt rüsste ich mir auch ein bisschen... ...lohneig hinterher. Hier, hast du was? Friss... ...stirbt... 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 ...sterbt... Oh, das ist das Schlimmste... ...dass das einem so schön tut. Oh, er kommt jetzt weg. Oh, er kommt jetzt weg. Spawn, Spawn, hör wieder. Es sind so viele am Boden. Spawn, ja... So, jetzt sieht es gut aus. Holen wir das Ding? Ja. 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 Nein, wieso konnte ich es nicht zurücknehmen? Wieso konnte ich es nicht zurücknehmen? So ging das jetzt nicht? Uh! Uh! Ja, ich lasse die mal hier wieder versammeln. So ein Multiplayer, wenn ich zurückschraube bei der Maus, kann ich es zurücknehmen? Ich weiss nicht, wie viel wir uns hier haben in Tokio, aber keine. So... Da... Oh, oh! So viele Schleicher am Boden... Wie sieht das aus jetzt hier? Wie soll ich das machen? Oh, das war scheissnah! Mann! Ich kühle mich doch selber, Junge! Ja, die brauchen natürlich nichts. Das ist nicht mehr normal. So, Semtex Ahoy! Ah, da muss ich ein paar Mal kaufen gehen. Keine Bombe getroppt wird da. Geht es eine Weile? Ja, sehr schön! Wundervoll! Wundertfragend! Na gut, Instant-Kill wäre noch viel besser gewesen. Dann wäre der Bock! Ja, die richtige Waffe! Yes, Baby! Ich habe gesagt 15. Eines muss ich aufpassen, wenn ich das so mache. Als ich da runterkomme und das gefährlich ist, Jetzt müssen wir sie wieder raus und drücken auf. Dann geht es vorwärts. Dann geht es wieder nicht. Oh nein! Das kussen wir vielleicht noch. Nein! Jetzt sind noch die langsamen. Problem, Problem, Problem. Dann muss ich sie wieder zusammen nehmen. Dann kann ich vielleicht höheren Schaden. Kommt da raus? Sicher bei einem. Gegenteil! Ui, bumme! Ui, 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 ui. Ja, da müsst ihr mich verringert zeigen, das brauche ich. So geht es ein bisschen schneller. Ich weiss nicht, wie lange ich gehabt hätte mit der Sämte gesinnt. Ah, ich kann es nicht wiederholen. Ah, scheisse, ich konnte viel anfangen. Oh, der. Ja, 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 nehmt euch, nehmt euch. Ich bin mit 17. Und da habe ich jetzt hingedacht. Ich dachte schon, elf wäre schlimm. Darum habe ich gesagt, ja, drei, äh, drei Versuche, das hat man ja normalerweise. Aber dass es so gut ging da jetzt bis jetzt, das hätte ich jetzt nie gedacht. Uh, sagt nicht zu viel? Oh, das war jetzt zu. Ähm, da gefällt es mir etwas besser, dass sie zusammenkommen. Ich brauche etwas weniger Sämtex. Wahrscheinlich. Komm, 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 komm. Ich brauche etwas. Ich brauche natürlich etwas. Das sind mir lustig. Aber ich habe doch einen. Ich kann es sich wohl ausprobieren. Aber jetzt wird keiner mehr. Ja, könnte auch zählen, oder? Bald genug wäre ich. Ah, genau. Ah, genau. Ah, okay. Jetzt seid ihr langsam zusammen. Kommt es dir auch vor? Ja. Es ist wirklich ziemlich heiß. Hässlich. Ah, es gibt. Oh, gleich alle erledigt dort. Ja, die sind etwas zu viel. Etwas zu viel im Feuer herumgewatschelt wahrscheinlich. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, doch, doch. Irgendwie geht das schon. Oh, 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 oh. Ui. Scheisse Riziko. Okay, man. Okay. Ist es fertig? Ah, das Floh gibt es noch. Oh, Fisch. Sieht gut aus. Mein Gott, wie das wirkt. Genau. Das Perk Dr. Niete wäre jetzt gegen das. Keine Erschütterungen. Keine Erschütterungen. Und hier habe ich eben ständig Erschütterungen. Und auch keine Explosionsschaden. Einfach allgemein. Man kann so nah wie möglich mit Mousseli auf dem Boden schiessen. Da passiert nichts. Dr. Niete vermisse ich. Gut. Auch beim Black Ops 1 ist er nicht überall gewesen. Gut. Nichts geholt. Ja, jetzt habe ich es genau erwischt. Mann, ich werde den Dr. Niete Anwerfer Anhefter Anhefter Multiplayer werde ich und der Profi Anhefter Samtex Anhefter Profi Geht es noch? Jetzt gibt es noch den dort, der da so kreut Das braucht nicht schon zu viel. Geht's noch? Ja. Oder kann ich reichen? Ja. Um 6 Verkauf wegen einem, du. Ja, ja, das ist gut. Wasch. Oh. Mann, mich hat es, oder? Mich schüttelt es fast zu Tode und der andere kriecht weit. Uh. Ja, fast warte ich, oder? Haha. Ein 360-Autobo. Die Quote ist schlauer. Ah, ja, die Bank habe ich auf. Oh shit, der Besse. Scheine! Das wäre jetzt knapp, Jui. Fick schnell! Es spritzt nur Blut herum. Aber was passiert im Endeffekt? Oh, und runterkriegen. Ab trotzdem. Eine Gegend. Oder angefragt. Oder hier oben auch. Haufen, jetzt muss ich es schnell machen. Sonst kommen die Kriecher. Und schneiden wir auch noch den Weg ab. Ja, genau so. Hier sind sie gut abgehoben. Jetzt kann ich alles ziemlich in der Mitte. Uh. Geht's noch? Ja, genau. Genau, genau, genau. Das ist die Idee. Uh. Jetzt haben sie noch ein neues Bahn im Rauch. Shit im Rauch. Schnee, schnee, schnee. Ja. Genau, wirklich nicht. Jetzt muss ich zuerst leiten, denn sie fahren am Motorrad. Ich bin ziemlich mühsam. Oh, Mann, bin ich schwarz, aber ich will ja sagen. Bin ich rot geworden, Ui. Was ist denn hier los? Die explodieren erst im Zeitlupentempel. Okay, jetzt ist es natürlich gefährlich. Hier in der Mitte sind sehr viele langsame. Ja. Ich hätte es unbeschoren. Die Samtex holen können. Uh. Mach, mach. Ui, 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 ui. Ja, ich muss gehen. Ich muss mal schauen, ob ich hier in die Mitte kriege. Oh, wo sind sie hier? Ja, dann bin ich sicher. Ja, dann bin ich hier. Oh, komm, ich bin da nimbin. Riespauw, du. Riespauw. Nein, ich höre nichts. Jetzt spiele ich doch länger, als ich gedacht habe. Ah, zu weit! Oh nein, schön, nice, very beautiful, nice. Ich übertreibe mal nicht. Komm, komm, komm. Oh nein, jetzt habe ich keinen. Oh nein, hey, schnell. Vielleicht schaffe ich es noch. Es blinkt noch nicht. Ja, sehr schön. Oh, 19, hey, geht's noch? Ja, aber jetzt, ich denke, es ist bald finito mit mir. Nicht nur, weil es länger und immer länger geht, natürlich das auch. Aber die in der Mitte kriege ich nicht mehr weg. Oh nein, genau, Bank. Ich komme aus der Bank. Ah, bin finito. Okay, jetzt mal schauen. Warte mal, die genau dorthin. Okay, ich gehe und ich krieche und ich krieche und ich krieche. Okay, jetzt muss ich einfach Glück haben, wenn niemand kommt, ich komme aus. Okay. Uh! So, für das Letzte kauf ich Motivung ein. So. Hier noch einen. So. Hei. Ja, du krass. Zufrieden wir ins Gehirn, um die Käufer-Laudis hier zusammenzuhalten. Jetzt kommt es drauf an. Ja, ich wusste es. Das ist scheissknapp. Es kriecht alles nur noch hin. Boah. Das ist ja das Problem. Hier so viele Kriecher und langsame Dicken bringen ich nicht mehr weg. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Zwei mal kommt es nicht in den Brauch. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Okay, ja, es sind viele Kriecher. Wir kommen alle wieder in die Mitte. Okay, präsent, präsent, präsent. Wir kommen alle wieder in die Mitte. Wir kommen alle wieder in die Mitte. Ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hier ist der Weg. Ah, keiner mehr Scheisse. Okay, einer ist runtergekommen vom Spahn. Ich denke ich könnte es schaffen. Darum bin ich gegangen. Oboh! Ich habe mich eigentlich halb sehr aufgepasst. Oh nein! Viel zu viele! Ja, schön! Oh nein! Oh mein Gott, sind das viele! Ja! Viele Scheisskriecher! Oh mein Gott! Und was Neues ausprobieren! Haha! Scheisse, muss raus! Ja, 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 geht rein! Ja, 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 geht rein! Ja, schön! Oh, ich habe keine mehr! Oh, ich habe keine Probleme! Wir haben keine Probleme! Weisst du wie hier ist? Oh, 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 oh! Ja, ich habe es geschafft! Das war mit der Paule! Oh! Uh! Ja, das geht natürlich jetzt schon mal! Ja! Ja! Schön! Warte, dass sie wieder zusammenkriegen. Nur, jetzt bin ich hängen geblieben. Ich bin bald wieder. Siebt aus. Komm, explodierst du nicht! Ich brauche es. Oh, keine mehr. Ja, jetzt komme ich auf 20. Komme ich auf 20? Ja. Ich mache kein Blödsinn jetzt. Oh, das ist schon knapp hier. Oh, siehst du Schönes? Oh, oh! Wer tut weiter? Aufs Köpfchen? Oh, nein, 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 nein! Oh! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ich sehe richtig... Nicht nur blau aus, sondern rot. Ah! Schau, jetzt! Wie kriege ich dich bei dem, der da? Doch, nein, aber du kriege ich... Ah, keine mehr. Schon wieder. Oh nein, ich bin nicht getroffen. Bei dir. Hahaha. Ja, Mann, heftig. Oh, dann ist er nur dicht kaputt. Nein. Oh, keine mehr. Oh ja, jetzt wird es mühsam. Jetzt wird es mühsam. Es ist mir 14, Braun. Die brauchen viel zu wohnen. Gut, ich treffe nicht mal. So jetzt habe ich... Sehr ungewohnt, das Motto. Ich bin ein cooler Abgang. Haha. Oh oh. Ja, das geht nicht mehr. Das sieht nicht mehr so aus, wie ich es machen kann. Das ständige... Warte mal. Das war ein bisschen im Kreis. Vielleicht schaffe ich das. Hier mal ein bisschen im Kreis. Das ist ein kristalliger Enttag. Das ist ein kristalliger Enttag. Ich weiß nicht, wie es in die Kriege gemacht hat. Jaaa... ...herrlich. Oh, was ist hier denn? Jaaa... ...wann sind's... ...ah, hier. Meine Taschen sind leer. Oh, wo hinten bin ich? Oh, bin ich so, oh nein. Ich habe viel Scheisse gebaut. Oh nein, ich habe mich viel zu stark links geschaut und dann scheisse. Ich habe den Scheiss nicht gesehen. Ich habe den Scheiss nicht gesehen. So, jetzt halten wir es. Ich habe den Scheiss nicht gesehen. 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 Oh, Puppe! Ja, ich habe es geschafft, über 20 zu kommen. Oder auch nicht. Oh, ich riskiere viel zu viel. Über 20, bla bla bla. Ja, 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 ja. Schon irgendwie bla bla bla. Okay. Woh. Naja, aber viel sind schon ein bisschen verbilden. Das war's ja auch schon. Ja, das war's ja so. Ja, sollte gehen, sollte gehen, sollte... Spring! Gib ihm! Sauere Sonne! Ja, jetzt bin ich weit genug weg gewesen. Hallo! Dann komme ich nicht durch, mache nicht noch mal den gleichen Weg. Es ist zuerst zu schauen, ob ich da durchkomme. Ja, jetzt! So, jetzt, jetzt, geht rein, geht rein! Ja! Ja! Ein Gewürgen! Ich habe aber keine mehr. Schön! Jetzt kommt es darauf hin, jetzt sind sie aber weit rechts. Es könnte finito sein. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Ich mache diese Runde hier noch fertig, dann kille ich mich mit der gebanchten, der Mustang in Sally, die Pistole. Die Vertraven hier, das ist cool. Ah, Bumpeg so schön. Ah nein, ich sehe schon Bumpele. Jetzt geht es nicht. Jetzt ging es. Ah, keine mehr. Deswegen ist einer jetzt so herumtollen. Ah, nicht getroffen. Jetzt aber. Uh. Oh. Ich kiehl es fast mit dir nicht. Oh. So, das wäre es. Haha. Oh. Ich kiehl. Oh. 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 Schuss, Kisschen! PUSH! Samhain-Groen-Opte! Schuss! Voila, Ringo, Ringo, Raii! Das wäre so schön, die so richtig kaputt machen mit dem Stamm. Was sind denn wirklich kaputt? So, jetzt habe ich auch ein bisschen geschaffen. Mal schauen, ob ich das Druck wieder schaffe. Kommt runter. Ja, das geht. Ich habe jetzt ein bisschen wieder einen Blindgänger. Jetzt komme ich vielleicht auch stehen. Oh, shit! Nein, das war jetzt nicht mehr. So, fertig. Ah, ich habe mit Mustang und Cell gespielt. Das war verboten. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe mich gewundert, dass ich bis auf 20 gekommen bin. Ich wünsche euch einen schönen und tschüss. Malen im Malen im